Die einzige GF, die man craften muss, um sie zu bekommen, ist Doom Train. Heute zeige ich euch mal ganz schnell, wie man die bekommt. Das erste, was ihr braucht, was am wichtigsten ist, ist der Salomon Ring. Und den findet ihr am Tears Point. Wenn ihr den habt, braucht ihr noch 6 Eisenrohre, 8 Morbul-Fühler und 6 Megapillen 2. Die 6 Megapillen, das sieht man gerade hier, wie ich die herstelle, da braucht ihr Alexanders Medizinmantler. Und ansonsten die Eisenrohre könnt ihr von Medigoths klauen. Wenn ihr über Level 30 seid und die Morbul-Fühler bekommt ihr ein Tor zur Hölle oder ein Tor zum Paradies, nachdem man den Morbul halt bekämpft hat. Aber der Gegner ist schwer, da braucht man ein bisschen Glück und es kann derweil erdauen.